Haben auch Sie, wie viele andere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, unbeantwortete Fragen rund um die Themen Kündigung und Abfindung? Vielleicht wurde Ihnen sogar kürzlich gekündigt? Ich heiße Markus und als Experte für HelpCheck möchte ich für Sie einige der zahlreichen Mythen und offenen Fragen aus dem Weg schaffen. Als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer haben Sie in bestimmten Fällen einen Anspruch auf Abfindung, wenn Ihr Arbeitsverhältnis endet. Ein Anspruch auf eine Abfindung besteht dann, wenn er sich aus dem Gesetz oder aus den vertraglichen Vereinbarungen mit Ihrem Arbeitgeber ergibt. Ist das allerdings nicht der Fall, besteht auch kein regelgerechter Abfindungsanspruch. Soweit erst einmal der Grundsatz. Die dafür relevanten Abfindungsvorschriften sind Teil des Kündigungsschutzgesetzes. Trifft einer der dort aufgeführten Tatbestände auf Sie zu, dann haben Sie automatisch eine einklagbare Forderung gegen Ihren Arbeitgeber. Es muss aber nicht immer direkt auf eine Kündigungsschutzklage hinauslaufen. Unsere erfahrenen HelpCheck-Partneranwälte kennen alle Argumente für eine möglichst hohe Abfindung und holen in den außergerichtlichen Verhandlungen mit Ihrem Arbeitgeber möglichst viel für Sie heraus, wenn nötig allerdings auch vor Gericht. Überzeugen Sie sich selbst und nutzen Sie unsere unverbindliche und kostenfreie HelpCheck-Erstberatung auf www.helpcheck.de www.helpcheck.de